Hallo und herzlich willkommen zurück zum dritten Part von Brothers A Tale of Two Sons. Ich freue mich im ersten, auf jeden Fall erstmal, dass ihr euch wieder zu mir verirrt habt. Dann schauen wir weiter. Ich bin, wie soll ich sagen, etwas... Ich habe etwas Angst. Nicht, weil das hier alles ein bisschen düsterer geworden ist, sondern, dass hier noch mehr Sachen kommen, wo ich einfach nur kläglich scheitere, weil ich nicht weiß, was ich machen muss. Und am Ende das ganze Internet über mich lacht. An Zeiten des Mobbings und so, ihr wisst ja. Synchron springen. So, ich vermute mal... Ne, raufklettern kann man nicht, das heißt, man muss... Oh Gott, wenn man hier vergisst zu drücken, dann stürzt man ab. Das ist ja kaum eine Verantwortung, die man da mit sich trägt, zwei kleine Brüder durch so eine Welt hier zu führen. So, hier muss man auch wieder nach oben. Okay. Okay. Oh, nee. Konnte er sich da jetzt nicht mehr festhalten, oder muss man vielleicht erst mit dem Großen springen, oder wie, oder was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich rechtzeitig gedrückt habe. Aber... Vielleicht lag es ja auch wirklich einfach nur daran, dass ich es ein bisschen zu spät, ein bisschen zu früh gedrückt habe. Äh, ansonsten... Falls es jetzt noch mal passiert, sollte ich es vielleicht wirklich erst mit dem Großen probieren, bevor ich mit dem Kleinen Brüder darüber springe. Weil der halt nicht so leichter ist, ne? Okay. Das hat ja erst mal ganz gut tun können. Oh ja, das kann Achterwandwarten, wie man sie liest. Oh ja, das kann Achterwandwarten, wie man sie liest. Oh ja, das kann Achterwandwarten, wie man sie liest. Ich bin nicht zu spät losgelaufen, muss man da gleich. Ich dachte, ich warte erst mal ein bisschen, dass ich aufgeregt bin. Das heißt, ihr könnt gleich nochmal fahren. Fantastisch. Ihr freut euch, ich freue mich. Dann rennen wir los über die Welt. Oh ja, das ist ja auch. 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 Ach du Gott. Ach geh, das ist ja eine kleine Trollfrau, die da anscheinend gefangen ist. Und das ist der Wächter und der hat den Schlüssel. Okay, da lassen wir sie dann frei. Okay, das heißt, wir brauchen erst einen Schlüssel für das Schloss. Ich hoffe, dass es so einfach geht. Ich hoffe, dass es so einfach geht. Wir dürfen bestimmt nicht auf dich. Oh Gott, also für sowas wäre ich definitiv der Falsche. Ich trete eigentlich auf alles drauf, was so auf dem Boden liegt. Beziehungsweise auf so einer großen Wiese, ein einziges Loch, ich würde reinfallen. So, Schloss ist auf, jetzt müssen wir nur noch den Hebel runterziehen. Und das gute Träumet hier ist draußen. Und leg doch gleich los, ich nehme mal an, wir müssen mir folgen, das sieht auch ganz gut nach dem Weg aus. Ich hoffe, die wartet jetzt auch, ob ich nicht ohne uns. Maru! Sch, ja. Sch, ja. Sch, ja. Sch, ja. Ich weiß halt gar nicht. Ach du, Herr. Wir müssen wohl hier lang. Ich muss die Kamera drehen, sonst weiß ich überhaupt nicht, wo ich hier hinbekomme. Ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich machen muss. Kann der vielleicht das Tor ja auch machen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ach du Gott, was müssen wir denn nur machen? Ich gehe mal, wie gesagt, nicht davon aus, dass der, dass der, äh, dass wir da hinten durch die Gitter kommen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ähm, verzeiht es mir, aber ich habe, ähm, nicht den blassesten Schimmer. Ich, äh, habe Verhutungen, aber so wirklich wissen, wo ich lang muss oder ähnliches. Ja. 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 Sind wir immer noch etwas, wenn der von gerade darauf zu läuft. Was ist denn das für mich? mit dem Käfig einstören. Das ist ein Plan, oder? Ich glaube, das könnte klappen. Nein. Verdammt. Aber das probieren wir nochmal. Das probieren wir nochmal. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das schlägt alles kaputt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das wird ja eine erfolgreiche Fahrt werden, Leute. Okay, der kommt hier hinten aus der Zelle raus. Das ist ja fantastisch. Was? Oh, das gibt's doch nicht. Ich muss länger warten, ansonsten. Jetzt traut sie sich auch wieder ran. Und hilft uns jetzt auch. Na, fantastisch. Das hat aber gedauert. Ich weiß nicht. Fünf Minuten. Ich weiß nicht. Fünf Schöpfe gebraucht. Da will ich nicht wissen, was im Verlaufe des Spiels noch so kommt. Hey! Hey! Okay. Ähm, ich vermute mal, wir schieben sie quasi mehr oder weniger vor. Ihr müsst euch auch einigen werfen, wenn ihr euch gewöhnt habt. Vor. Drehen. Weiter. So, wie kommen wir jetzt da rüber? Da! Da kommen wir rüber. Ah, ich glaube ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Ähm, jetzt macht das ganz auch Sinn. Passt mal auf. Ich verwechsel gerade die Brüder wieder von der Steuerung her. Passt auf, wir schieben das Ding jetzt einfach zurück. Einmal nach links. Dazu machen wir die Brüder. Und dann haben wir nämlich so eine Art Rüeke. Wo wir rüber hüpfen können. So. Sie hat uns hier auf die Tür aufgehalten. Ach, guck an, das ist seine Freundin. Na das ist ja süß. Wir haben ihm quasi geholfen. Ich dachte, er führt uns hier irgendwo. Dahin, wo wir die Medizin oder was das ist kriegen, aber... Oh oh. Ah! Ah! Oh oh. really creepy? Guck mal, dass wir ihn hier aufnehmen. Ah, okay, ist klar. Wir müssen erst die Ketten lösen und dann einstürzen. Heißt, Ketten Nummer 2. Das wird dann noch blütender. Ketten Nummer 3. Ketten Nummer 4. Und? Was müssen wir jetzt noch machen? Ah, okay, ergibt Sinn. Wir lösen jetzt gleichzeitig die Hände und er wird runterfallen. Und da ist er wohl gelandet. Fantastisch. Am Ende haben wir es... und Händchen halten in den Sonnenuntergang. Am Ende haben wir es dann doch geschafft. Es war ein bisschen... ja. Mit ein paar Problemen und Anstrengungen verboten. Aber wir haben es geschafft. Wir sind aus dieser Höhle raus, haben seine Freundin und seine Frau wie auch immer gerettet. Wir verabschieden uns jetzt. Wir treten einen neuen Tal dieser schönen Welt. Das ist passiert. Wir персон... Wir werden uns eine Woche von einem Storfen. Ich will das Wort haben wollen. Ich will das So suggests und mache wissen. Oh Gott. Oh Gott. Schaut mal hinter ihm. Das sind Wölfe. Ändert sich eine Fackel. Wir müssen doch nicht gegen diese Wölfe kämpfen, oder was? Okay, wir müssen die Wölfe einfach alle vertreten, weil es hier kommt. Oh, und wenn er zuerst schlägt, dann... Gut zu wissen. Kann er sich auch eine Fackel nehmen? Nee. So, diesmal haben wir ihn auch bekommen. Okay, also der Kleine muss auf jeden Fall bei mir bleiben. Bei dem großen Bruder. Weitere geht's. Hier habe ich auch noch ein paar Augen leuchten sehen. Und da hinten im Busch leuchten auch wieder ein paar Augen. Es wirkt... Oh, nein. Oh Gott. Da sagt nochmal einer ein friedliches Spiel. Das kommt davon, wenn man Spiele nur anspielt. Das ist ja mehr als düster hier. Und das ist jetzt wirklich ein bisschen gruselig, Leute. Warum hängen denn hier Leute im Wald? Die... Schlechtes Wort, schläge völlig. Die hängen hier ab. Warum schlägt der nicht? Oh, oh, oh. Da habe ich das Spiel einfach mal unterschätzt. Und jetzt sind wir auch noch auf einem Friedhof gelandet. Na, das wird ja immer besser. Das wird ja immer besser. Wir gehen noch über den Friedhof und hoffen, dass wir dann irgendwo einen geeigneten Platz zum Speichern finden. Also, was heißt zum Speichern, zum Beenden dieses Parts? Ähm... Da geht jetzt auch das Licht an. Also, es scheint jemand zu Hause zu sein. Offenbar ist er uns gut gesehen. Der Friedhofswächter, wie es aussieht. Ihr habt's gehört. Ata ma fi. Schließt die Ernste auf? Da! Ja, sieht so aus, ne? Das ist Ernste aufschließt. Ähm... Ja, vielen lieben Dank. Da, Taji. Und dann geht's für uns auch weiter. Na, hi! Atatia! Na, hi! Mobi! Oh, na, fantastisch. Von einer eckenreichen Situation in die nächste. Aber das ist ja noch mal gut gegangen. Das ist ja gerade so noch mal gut gegangen. Also, ihr merkt, das Spiel wird anscheinend, äh... Es bleibt nicht einfach so ein bisschen mit der Gegend rennen, ein bisschen klettern und das war's dann. Sondern das ist hier mit, äh... Ja. Mit viel... Nami-Nami verbunden. So, drehen wir mal um, kleine Mann. Leute, das war's für den dritten Part. Dieser Part mal ein bisschen actionreicher, ein bisschen mehr... ...Krawall und Hau-Drauf-Stimmung. Ähm... Erst durch die Mine, gegen Drolle gekämpft, dann von Wölfen verfolgt... ...und dann auch noch fast in einen Wasserfall geraten. Ähm... Und mir hat's wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, das wär' fantastisch. Und... ...schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Ciao. Tschau... 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 Tschau...